Guck mal, ich sag euch jetzt, Jungs, Biggie, Ono-Chan, egal was heute passiert... Warum zählst du mich nicht mit dazu? Weil der Krieg wird nicht mit dir stattfinden. Hier wird gleich Krieg passieren. Guck mal, es könnte sein, dass nach diesem Stream du morgen eine Ansage gegen mich machen musst auf YouTube und übermorgen ich gegen dich. Das könnte passieren und vielleicht macht er einen Disfrack gegen uns. Warum? Wir müssen uns jetzt beherrschen, okay? Okay, aber warum? Wir haben hier zwei Boxen von Sugar Gang wieder erhalten. Und für die Resonanz und am letzten Video, heute gibt es ein Teil 2. Hallo, euer Code für die Community lautet WZ12. Damit spart man 12% auf alles. Soxomalki. Soxomalki? Warte, warte, warte. Oh shit! Da bin ich raus. Bring jetzt auf die 1! Wir essen kein Pfannifrisch mehr, ihr wisst das! Habaneras, Marais, Leleres Was ist das Schaf? Habaneras, Jesu Ah, Las Meras, Meras, Habaneras Weißt du warum die das schicken? Por favor Por favor Por favor Wir haben gesehen, du bist Spanier und so Oh nein, Bro Oh shoot Oh doch Oh 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 Nehmt auf Luft Du hast die Hand mitgenommen Aber hier Warum hast du dich in seinem Mund? Mach in dein eigenem Mund Also Chips Also Chips Ein bisschen scharf kommt Ist okay, aber ist nicht so scharf Warum schwitzt du? Warum redest du auf einmal so schnell? Warum nimmst du keine Luft mehr? Warum schwitzt du auf einmal? Das kann gar nicht sein Das ist gar nicht scharf Obkorn mit weißer Schokolade White chocolate flavor Oh Das wollte ich aufmachen Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Redet das aber nicht so groß jetzt, Bruder Sehr ehrlich Ich bin dir ehrlich Hab mehr erwartet Ist aber gut 1 von 10 1 von 10 1 von 10 1 von 6 1 von 6 1 von 10 Ich dachte da kommt mehr Geschmack Aber ist gut Wala ist mir gar nicht Wala ist lecker 1 von 10 2 von 10 2 von 10 2 von 10 Ich weiß nicht Das die Das die Ich meine, nicht meine, das ist näher bei dir als bei mir. Hast du dir deine Hosentasche gezahlt? Ist doch scheißegal, ist ein Kerl nicht in der Back. White Peach oder was? Was, White Peach? Ist das der? Wow, das ist der! Das ist Fanta Santo. Ja, schmeckt nicht. Das ist gut. Ne, nicht Zucker. Ah, okay. Fand. Fand? Ey, Fand! Oh, Fand! Ah, Fand! Logisch! Logisch! Hat Fand! Aha, exekgetrie. Oh! Der ist ja trunken. Ich dachte, der macht trotzdem Seepferdchen in diese Getränke. War das gut? Fanta White Peach. Ich sag doch, es ist White Peach. Bacallam schu' Pitsche. Bacallam? Ja, Bacallam schu' Pitsche. Hallo! Ist nicht gut? Alles okay. Wie ist es okay, Junge? Du weißt es nicht, weg gehts! Bunadá! Das ist okay. Schmeckt wie Dings. Wie White Peach. Schmeckt wie Fanta White Peach. Mach einfach Spucke bekommen! Hättest du dir gar nichts drin gelassen. Halla, diese Spucke schmeckt besser. Ist ne 6. Ach! Die Bocken waren ne 6. Das ist eine Null. Das ist Körperverletzung. Das ist Image-Schaden, Bruder was das? Was labert ihr? Was laberst du? Damit kannst du Klamotten waschen, Junge. Guck mal, wie das ist. Ja, Bruder! Wir wollten weiter, Mann, hier. Vicky muss aussuchen jetzt, oder nicht? Du hast da irgendwas in deiner Tasche gebunkert. Ey, warte mal kurz, was hast du gemacht? Da war ein Kinder-Creamy und du hast es analysiert, du hast es weggepackt. Das muss sofort wieder her. Sonst ist hier offiziell gleich Schlägerei. Boah, das ist schon hart, Bruder. Auch noch das Beste, ja. Aber hier ist Nächste und meins! Kinder Kinderini. Was ist das für ein Scheißnapp? Kinder Kinderini. Sieht stark aus, aber den hat es leider erwischt. Buna Ibuideel. Das sieht aus wie ein Fuß von der anderen Seite. Das sieht aus wie ein Fuß von Blind Date gerade, Junge. 45er Fuß. Alleine will ich nicht jetzt. Was hat der das aufgemacht? Ey! Ey! Hallo! Was hat der das aufgemacht? Are you Chris? Hallo! Ich hab das... halt 10 Minuten in meine Tasche drauf. Junge, Alter! Hallo! Hör doch auf zu geiern! Wenn das keine 10 von 10 ist, Bruder. Ist nicht. Ich bin mit ner Wüste. Und das eine Beton als Keks. Damit machst du Straßenland. Was? Einfach Betonmischung. Ein einfach Sand. Kinder Sandini. Warte Bruder, warte, warte. Alles gut, alles gut. Alles gut, Bruder, alles gut. Warte. Das ist so schön. Hey, ihr bleibt. Ich hab die... Soll ich das auslecken? Ja, ne. Keine Ahnung, aber. Kannst du mal was sagen? Der war bereits zu kämpfen. Das war aber schön. Die haben die ganze Zeit ja diese Dinge gerade auseinander genommen. hallo ich muss näher an diese kiste kommen lasst mal einen sitzplatz mit mir was denn was denn ich hab doch nichts mehr ich hab's ihm gegeben ohne wer den hallo ich hab das doch nicht mehr da ist was dran oder nein 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 ich hätte nicht die Hände also machen Brüder nicht total und dein Herz oha Boah, du mein Arsch um! Der hat voll einen komischen Nachgeschmack. Das ist nochmal lecker, Bruder. Wallah, schmeckt das? Schade, darfst du mich gar nicht... War behindert. Wasabi? Nein, Seegras. Was ist das? Seegras oder keine... Bah, davon gibt's Chips? Weißt du, wie lecker das ist? Dann muss das ja jetzt lecker sein. Das schmeckt unnormal. Du sagst unnormal, ne? Das ist unnormal, krass. Du sagst unnormal, weißt du, was das ist? Du bist auf Füße, aber ne, 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 ich probier's. Diesen ist lecker. Gib doch! Unnormal, krass. Gib doch mal! Nein! Rieche! Nein, nein! Warum nimmst du dein ganzes Karton jetzt? Schönen Sieg! Ich habe Gänseaut bekommen, ha! Oho! Unnormal! Das ist unnormal lecker. Schönen Sieg! Unnormal! Ich habe Gänseaut bekommen! Ah! Ahh! Bura, Bura, Bura! Bitti, Buti, Bura! Bura, 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 Bura! Bura, Bura! Bura, 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 Bura! Mülleimer, bitte! Mülleimer, bitte! Mülleimer, Junge! Wir haben keinen Mülleimer. Ich gebe dir nur 9 von 10. Du hast doch noch gar nicht probiert. Probier mal. Ich hacke. Ich kenn das schon. Probier mal. Ich kenn das schon. Ich kenn das schon. Gruppenzwang. Bah, Bruder. Was ist das? Das ist nicht menschlich bei dieser Erde hier. Wer das erfunden hat, ist ein... Wer das erfunden hat, ist ein... Ist das ernst? Nein, er macht auch noch zu. Willst du ein Stück auf? Mach deinen Mund zu mit deinem Seegras! Auf! Wenn du nicht aufhören, bist du nicht aufhören. Ich bin nicht aufhören. Alles klar! Alles klar! Es ist okay. Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was hast du denn gegeben? Weißt du was ich benutze? Wenn ich mit Emrech zocke, zuhause Bruder Zigaretten spiele War Bruder, es riecht nach Ist lecker, kannst du ruhig trinken Schmeckt super, 10 von 10 Das ist ok Kann ich nur weiter empfehlen Das ist schon wie so ein Raucher auf Spiegel TV Warte, wie so ein 50-jähriger Alkoholiker Das war Schicksal Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Warte, warte Schmeckt gut? Ist lecker? Oder wir haben die letzte Mal im Stream gegessen Bruder Aber nur mit Vanillepilion Warte 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 War lecker Die sind echt nicht so lecker Ja, ist nicht so lecker Ja Ist lecker Ist nicht so lecker oder? Ja Schmeckt das oder Ja Ok Schmeckt das nicht so gut? Probier Oder probier Hier ist gar nichts drin Kröbel Ach hier ist noch einer Angejackstert Ja Zum Glück hab ich gesagt, da ist nur einer drin Ja 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 Kali Hat auf jeden Fall was bei uns rausgebracht Warte nachdem der rausgeflogen ist, der hat eigene Chips rausgebracht Rapsnacks Icon Stay focused and be tap tap Ohhhh Tapptap Tapptap Chill Chill Hey Wir machen diese Füße Warte, ich hab genau diese Füße gebraucht Das war das, was ich geholt habe Boah, die sind lecker Boah, sie haben noch weniger reingetan als FunnyFresh Boah, die sind krass Ist das gut, ne? Leg das nach vorne einfach. Wir können das später essen. Ist gut. Setz ich mal hin hier. Pass auf, Türk-Bache-Style. Das könnte schmecken, Bruder. Als ob du kein Edamame isst, bei Chinese. Türkische Version, Europa-Version. Ich wusste gar nicht, dass Japan in Europa ist. Oha! Was ist denn los mit dir, Bruder? Nein, nicht so! So wie ich aufmachen wollte. Nein, nicht so! So wie ich aufmachen... Ey, ich brauche den Schicke-Mike-E-Bag, ja? Entschuldigung. Los? Los bei euch, Bruder. Ah, logisch, Jungs. Aber so richtig nach Käse. Aufgemacht? Das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Du willst mich herrschen, du hast das einfach nur abgerissen und willst sagen, dass es klappt jetzt? Ess jetzt! Einfach Takis! Ein kleiner Bruder von Takis! Nein, nein, nein. Das riski ich nicht. Schmeckt gut. Ey, die sind geil! Schmeckt nach Karton. Ja! Ja, schmeckt echt nach Karton! Einfach nach Karton! Aber gute Karton! Mit Farbe und so! Oreo... Ey, Elefantensyndrom. Oh mein Gott, das ist schon ein Weltrekord. Na ja, war klar, dass du wieder große Sachen magst. Ich hab meinen, aber willst du meinen großen? Ach, 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 ach! Bruder, wenn das jetzt... Was ist das denn, Bruder? Ich halt mich da raus. Hat schon mit Banane und so Banane... Was ist das für ein krummer Kuchen, der wurde mit Fuß gemacht? Guck mal, wie das aussieht, Bruder. Äh! Aha, bisschen Pastelgetürde. Ich sag euch ehrlich, schmeckt mir so gut. Ist okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Nach was schmeckt das denn so? Kann man auch so... Aber muss nicht. Wieso schwitzt du beim Kuchen essen? Ich schwitze meine Luft, meine Jungen. Wir sind vier Jungs und wir sollen uns sowas jetzt in den Mund spritzen. Also erstmal spritzen wir uns gar nichts in den Mund. Vor allem lass ich mir das nicht von irgendeinem von euch rein spritzen. Ich spritze gerne. Nee, bei mir fängst du nicht an zu spritzen. Mund auf. Ohhhh. 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 Ehh. Ehhhhh. 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 Jiss. Epple Jiss. Ohhhh be. Oh man go, bir şeyler oluyor burada. Tamam. Du, spritzt einfach dein Bruder in den Mund. Ich glaube, der Olochen hat das schon mal gegessen. Der weiß, wie das redet. Ich muss das doch hoch holen. Achso, da kommt der Sprit schon. Oh, Nick, was machst du? Was laberst du? Ich find's lecker. Voila. Ja. Lecker, ne? Ne, ich hab Hauptsache. Was ist das denn? Lecker, ne? Nein. Einfach Sekundenkleber. Ist du das noch? Ja. Ey, der Emre hat das noch gar nicht probiert. Der muss noch. Der Emre muss sich das jetzt rein, der kann in den Mund spritzen. Ja, wer von uns spritzt ihm das in den Mund? Ich glaube, das ist so eine Familiensache. Ne, zieh mich da nicht mit rein, das ist Biggie's Ding. Du bist der große Bruder, spritzt ihn in den Mund. Du wirst ihm in den Mund spritzen. Biggie, du wirst Emre in den Mund spritzen. Biggie, du musst spritzen. Das ist dein Job. Los, Biggie. Das ist mein Mund. Moment. Warte, warte, warte. Endlich mal jemanden in den Mund zu spritzen. Emre! Komm mal her! Biggie, spritz dir jetzt in den Mund. Warum willst du das unbedingt sehen? Weil ich das dir in den Mund spritzen. Der Chef will das sehen. Oh, ja, das ist... Gut machst du das. Gut machst du das. Da ist Übung drin. Da ist Übung drin. Ich weiß das weg. Ist das noch jemand? Ekelhaft, ne? Wallah, schmeckt gar nicht mehr. Hast du mit mir? Ne, ne, danke. Lecker gewesen, ne? Sehst du, das probieren wir. Mhm. Gurkenwassereis. Oh, lecker. Was? Gurkenwassereis. Das schmeckt gut. Zeig dir. Das nach vorne. Zeig dir. Bruder, Bruder Müller, einmal... Schmeckt... ... 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 Nein, das machst du nicht. Ich spreche Kontakt mit dir. Ich spreche Kontakt mit dir ab! Ich will... Ich will eine YouTube-Ansage gegen dich machen! Was macht der? Was macht der? Was macht der? Ich komme auf mein Leben nicht da. Nein, das kriegt dich klar. Ich werde deine Fußballer veröffentlichen! Alle! Jede Einzelne! Alle, die du mir jeden abschickst! Nein! Nein! Das ist nur 9 von 10. Ich finde es lecker! Siehst du, Indre? Walla Pilla! Tief einatmen und aus... Press von unten! Press von unten! Boah, ekelhaft! Das ist ja ehrlich! Da ist ein Stückchen drin! Da schwimmt was drin! Ja, Mann, da ist jetzt drin! Sind das Fische? In Anteilen, diese Fische, die deinen Fuß essen? Diese sind da. Ja, Mann, das sind die. Sag mal, da schwimmt was drin! Vier, ja! Drei! Warte, den kannst du auf dem Mars noch trinken! Ey, wie passt das alles denn nicht rein? Oha, hallo! Der atmet einfach gar nicht! Ist okay! Trinkt und atmet einfach nicht dabei! Ist okay! Ja, ist nicht so meins! Oha, das schmeckt voll geil! Wasser? Was? Weißt du, wie das schmeckt? Walla, ich geb dir jetzt einen 10 pro 10 Vergleich! Iso! Ja, aber von... Diese gelbe? Die haben diese richtig billige! Alkaist Iso! Diese richtig ranzig silberne Flasche! Walla Iso Drink! 1 zu 1! Kann man das so krass machen? So in das linken... Was? Jetzt übertreibst du, Bruder! Oh, nee! Einfach, wenn du pisst und drückst! Und jetzt... Das ist Lidl! 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 Tasting... Your... Your... Your Monikas Chocolate Chip... Cookies... This is untouchable! This is a 10 pro 10! In Germany we don't have this! We have in Germany... Lidl! Monikas Chocolate Chip hat der einfach blockiert! Ein feiner Cookie Seite hat die gespielt! Hahaha! Ich hab mich Kicks an dich gespielt, Monik! Oh, nee! Die hat mein Herz gebrochen! Aber nicht desto trotz, ich bleib loyal! Und nur Gianni, sag dir jetzt Bruder was! This Cookie... Is the... First one... Cookie... Who I have say... This is crazy! I have tasting this... Shitting! And the shitting! It's nice! So nice! Two hours later I was honey! Hahahaha! 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 This is only... Shitting! Sag mir ob das die krassesten... Ob das die krasseste... Ob das die krasseste Cookies auf jeden Fall! Komm mal... Waller ich bin gespannt! Ist gut Bruder! Was? Okay! Was? Hast grad zu Monikas Chocolate Chip gesagt okay? Das ist Sabotage! Das ist jetzt wirklich Mobbing! Bruder... Also jetzt ging es auch ein bisschen zu weit! Wo ist Chocolate da drin? Also jetzt... Nein! All die Jahre... Belogen! Und betrogen! Du hast die falschen Chocolate Chips gegessen! Was? Alp! Mh... Das ist doch noch der Morag! Mh... Alles genau einfach! Guck mal ich sag dir ehrlich... Ohne Show... Ohne nix! Waller schmeckt gut! Waller ja! Aber Bruder so krass! Du hast diese Kekse... Keine Ahnung was gemacht! Krasse Kekse Bruder! Krass was denn? Krass ist sie ne? Okay! Jungs was würdet ihr sagen? Was war so das Beste was ihr heute probiert habt? Monikas Chocolate Chip! Bono Can was sagst du? Sag ehrlich... All den ganzen Sachen die wir probiert haben... Waller die hier! Oh Waller ja! Waller ja! Waller ja! Waller ja! Waller ja! Waller ja! Aber... Dankeschön fürs Einsetzen! Hat es auf jeden Fall Spaß gemacht! Wenn ihr einen Teil 3 machen wollt... Dann lasst uns das wissen! Checkt die Jungs ab! Haut rein! Und ciao!